Musik Hallihallo Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Teil meines Let's Plays mit Paper Mario Color Splash und wir sind das letzte Mal bei diesem Level hier stehen geblieben. Wir haben den ersten Farbstern dort gesammelt auf dem Narzissengipfel und haben bereits 90% der Farblosflecken restauriert und jetzt müssen wir noch 10% finden und unseren zweiten Farbstern und genau das werde ich jetzt machen. Ich muss bloß ein bisschen leiser reden jetzt, weil meine Eltern schon im Bett sind und ich habe keine Lust, dass wenn sie mich reden hören, dass sie dann aufgrund von meiner Lautstärke dann aufwachen. Also versuche ich, meine Lautstärke etwas zu drosseln und wir starten jetzt einfach mal. Und versuchen die 10% so schnell wie es geht zu restaurieren und auch den Farbstern zu finden. Jetzt sagen wir diesem verlogenen Tottwächter am Narzissengipfel mal ordentlich die Meinung. Ach ja, stimmt, da war ja auch noch was, weil der... Du hast uns angelogen, es gibt gar keinen weißen Tott. Das ist alles nur ein Marketing-Gag, um Touris auf den Berg zu schicken. Ho, 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 Momentchen mal. Den weißen Tott gibt's gar nicht? Das muss ich erst sacken lassen. Wie? Du dachtest etwa auch, dass er existiert? Na klar, das war so ziemlich alles, woran ich bisher geglaubt habe. Aber warum weiß ich rückblinkend auch nicht mehr so genau. Eigentlich weiß ich gar nichts mehr von der Zeit vor meinem Job hier. Nur noch, dass der Algenbrötler mich hierher gebracht hat, als er mich einsam auf der Bergspitze vorfand. Und er war es auch, der behauptete, der weiße Tott existiert. Meinst du, er hat das erfunden? Hallo? Ich hab nichts erfunden. Den weißen Tott gibt es wirklich, ich hab ihn selbst gesehen. Echt? Das einzige, was wir da oben gefunden haben, war ein alberner Pappaufsteller vom letzten Fasching. Hört mal, nichts gegen Pappaufsteller. Kinder lieben die Dinger. Ich hab den weißen Tott lange nicht mehr gesehen, aber früher hat er da oben Tag ein, Tag aus meditiert. Das musst du mir glauben, wenn die Runde macht, dass ich den Typ nur erfunden hätte, bin ich bankrott. Hm, ich weiß nicht so recht. Vielleicht erzählen ja beide irgendwie die Wahrheit, Mario. Ich lüge nicht, bei meinen Sporen. Wir sollten die Sache ruhen lassen, bis der weiße Tott gefunden ist. Was bloß mit dem weißen Tott geschehen ist, meine Erinnerung ist wie ein leeres Splatt. Alles weg, ja kein Wunder, dem sein Kopf ist nämlich auch verblasst. Heureka, jetzt fällt's mir wieder ein. Die fehlende Farbe auf dem Kopf hat meine grauen Zellen beeinträchtigt. Ich bin ein Außerwälder Tott, einer der Mächtigen, gesegnet mit unsäglichen Kräften. Ich meditierte auf dem Gipfel, um zu begreifen, was meine Bestimmung sei. Du hast da oben meditiert, ja, aber das bedeutet ja, du bist der weiße Tott? So nennt man mich wohl. Fabelhaft, es gibt den weißen Tott also wirklich. Aber du hast dein Gedächtnis verloren, stimmt's? Hast du überhaupt noch die Kraft der Aus... äh, der Auserwählten Tott? Oha, ausgezeichnete Frage, ich probiere das mal kurz aus. Seht her, die Macht der Auserwählten. Oh, unser dritter Schlüssel, Leute. Wir haben unseren dritten Schlüssel-Tott gefunden. Bravo, hast du toll gemacht. Normalerweise dürfen die Auserwählten Tots ja ihre Kräfte nicht für aktuelle Zerstörung missbrauchen. Aber wenn jemand einfach so die Farbe von meinem Kopf absaugt, darf das wohl erlaubt sein. Die müssen mir geschlürft haben, als ich meditiert habe, da kriege ich nichts um mich drumrum mit. Farbszenierend, dass Meditieren aber auch so ein Gefahrenrisiko birgt. Weißt du übrigens irgendwas über die großen Farbsterne? Wir suchen sie überall. Die Welt ist weit, mein junger Freund, und ich bin nur ein kleiner Tott. Kein Farbstern ist mir... da bot. Ne, Quatsch, Entschuldigung, Leute. Kein Farbstern sich mir da bot. Doch ist's das los, jener, die auserwählt, zu helfen, denen in der Not? Unsere Wege kreuzten sich nicht einfach so. Irgendwie muss ich dir helfen können. Und die auserwählten Tots haben ja so oft eine Schlüsselfunktion. Sieht man uns schon am Kopf... ähm... am Schopf an. Vielleicht kann ich dir irgendwo ein Tor zum Glück öffnen, spirituell genug bin ich ja. Nö, wird wohl doch nur irgendein Tor sein, das ich dir öffnen kann, aber ist ja auch schon mal was. Ich düstern mal los, wir treffen uns am Karmessinturm, Kumpel. Okay, Leute, also, wir haben unseren dritten Tott-Schlüssel gefunden. Och, sowas, jetzt muss ich einen neuen Tott-Wächter finden. Bis dahin muss ich das wohl machen, und das, wo ich schon lange in Pension bin, danke auch, weißer Tott. Ich würde gern hier reinrollen. Gibt er uns was? Nö. Okay, dann gehen wir weiter. Tja, Leute, jetzt müssen wir dann schauen, dass wir dieses Level noch abschließen. Zu 100 Prozent. Und dass wir auch... ähm... den zweiten Verabschirm noch einsammeln. Und dann werden wir uns zum Karmessinturm machen. Ein Hüpf-Pusche. Wie komme ich eigentlich da oben hin? Nein, geh weg. Lass mich sein, lass mich sein. Ne, da komme ich nicht hoch. Okay. Ah! Schnell da rein. Schnell da rein. Schnell, schnell, schnell. Gut. Jawohl. Toll, jetzt bin ich wieder ganz unten. Toll hast du gemacht, Thomas. Wirklich super. Boah. So, jetzt... Ich wollte gerade ausweichen, rennt wohl in den Rhein. Das war natürlich jetzt richtig behindert. Gerade von mir. Gerade intelligent war das nicht. So. Was nehmen wir denn seine Karte? Ähm... Ich nehme zuerst mal einen Schuh. Und damit müsste er weg sein. Und eine Hammerkarte für den... ...Stachy. Sollst du noch reinschnüppeln? Sonst wird's gar nichts mit angreifen. Und tschüss. Wer hat die Schildkröte besser gesagt? Und der Stachy hat auch ins Gras gebissen. Sehr schön. Na ja. Was mache ich denn für einen Krampf gerade? Ich bin zu blöd zum geradeauslaufen gerade, Leute. Und rennt dafür in jeden Gegner gerade rein, der mir über den Weg läuft. Ach, das ist dumm einfach. So. Einmal. Nein, darüber. Das will ich doch gar nicht. So, wo ist mein Schuh da? So. Hammer einfarben, einschnippeln, fertig. Jetzt muss ich zwar einen Gegenangriff kassieren. Aber das ist egal. Dafür sind jetzt mal zwei Gegner schon sicher weg. Oh, war der Angriff schlecht. Wow, war das gerade ein schlechter Angriff von mir. Wow, war das schlecht einfach. Fertig. So, fertig. Auf geht's. Und tschüss. Sehr gut. Geschafft. Und vielleicht... Jawohl. Meine... Farbmenge wird aufgestockt und verbessert. Jetzt habe ich 260 zur Verfügung. Ich weiß zwar immer noch nicht, in welcher Einheit das gerechnet wird. Habe ich... Keine Ahnung. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Du sollst da reingehen, Mario. Du Dödel. Bist du mal das Herz nehmen? So. So. Ah. So kommt man da also hoch. Jawohl. Okay. Okay. Aber es ist zum Glück nur einer. Da kann ich jetzt einen Hammer nehmen. Oder zwei Hammer. Je nachdem. Seif zurück. So. So. Und los. Einmal einen kaputten Hammer, aber das ist egal. Und tschüss. Ein grandioser Sieg. Gib mir Hammerpappe. Die Paracupa. So. Jetzt können wir in aller Ruhe nach oben gehen, hoffe ich. Ohne... Lang da jetzt rumzufackeln, denn ich brauche noch einen Farbstand. Ich habe noch einen Farbstand zu sammeln. Yippie. Nein. Ich wollte doch da gar nicht runter. Ja genau, als ob du eine Doktorarbeit schreibst. Ist klar, Todd. Ist klar. Genau. Der hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Geh mich bloß los. Nein. Gegen euch habe ich auch keinen Bock zum Kämpfen. Ah ah. Ich will nur weg. Halt. Ist da was? Nein. Da. Auch nicht. Okay. Dann gehen wir weiter nach oben. Vielleicht erwartet uns ja oben noch etwas, was wir einfärben müssen. Wer weiß. Das weiß ich jetzt beim besten Willen nicht. Ob uns da noch irgendwas erwartet, was ich brauche. Ah. Die Tür ist wieder erschienen. Das ist natürlich super. Werde ich gleich in eine reingehen. Da ist auch nichts. Okay. Na gut. Dann... Gibt sogar einen Regenbogen. Jawohl. Wir haben die Regenbogentür. erschaffen, Leute. Und können jetzt da reingehen. Was ist das? Farbkammer. Farbe. Farbe. Verzeihung. So viele unsichtbare Gegenschläge wie möglich ein. Okay. Na dann. Nichts wie los. Wüsst ihr was? Da gibt es etwas. Da kann ich nicht rein. Doch eine Tür. Die ist zu. Okay. Da ist ein Baum. Schnell. Den Baum machen wir noch. Jawohl. Ich habe zwar nicht alles geschafft, aber immerhin ein bisschen was. Aufgeregt 15. Neuer Rekord. 150 Münzen. Ja. Ist okay. Aber ich habe jetzt gar nicht mehr gewusst, was es da alles gab. In dem Abschnitt. Vom Papieroni-Pfad. Was man da einfärben konnte. Keine Ahnung. Aber okay. Wir haben das gemeistert. Und können so. Weitergehen. Mal schauen, wie ich da dann rüberkomme. Ich hoffe, ich kann da rüber. Irgendwie. Ah. Ich weiß schon wie. Okay. 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 Ich habe schon verstanden. Habe schon verstanden. Ich muss von der anderen Seite auf die Röhre drauf, dass ich da hinkomme an den Sternen. So nämlich. Jawohl. Nein. Hau ab. Lass mich bloß zufrieden. Lass mich bloß zufrieden, du Stachy. Eine Seriensprungkarte erhalten. Und einen großen weißen Fabrik müssen wir auch noch einfärben. Jawohl. Wir bekommen ein Leben. Einen ab. Hä? Und jetzt ist da irgendwas. Hallo? Hallo? Hm? Komme ich da hoch? Das ist nichts. Da auch nichts. Hä? Was? Ach so. Jetzt hat's. Ich müsste ja hoch. Okay. Schon kapiert. Also wir haben unseren zweiten Fabrik dann, Leute. Jawohl. Und jetzt bin ich gespannt, ob... Ich die 100% geschafft habe. Oder ob mir irgendeine Kleinigkeit fehlt. Von unserem Narzissen-Gipfel. Okay. Ja, Leute, wir haben's geschafft. Wir haben die 100% geschafft. Sehr gut. Jawollo. Das freut mich. Und wir haben einen Brief. Ich werde mal schnell nach Port Prisma gehen. Und den Brief einsammeln. Und dann sehen wir ja. Aber zuerst einmal gehe ich zu diesem... ...zu diesem Tod, der wofür die Rettertods zuständig ist. Also der Chef von den Rettertods. Wöre ich mich mal schnell erkundigen, wo sich noch eine Rettertod befindet. Ich hatte gehofft, dass du hier vorbeikommst, Mario. Ich bin der Oberstentführer der Rettertods, sozusagen ihr General. Die Rettertods wurden gegründet, um allen zu helfen, die in Not sind. Meine Aufgabe ist es, die Übersicht über die einzelnen Einheiten der Rettertods zu behalten. Lass es mich wissen, wenn ich dir helfen kann, Rettertods zu finden. Neuigkeiten von den Rettertods. Der Anteil der lila Rettertods hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Noch vermisste lila Rettertods... ...eins. ...details folgen. Die Rettertods befinden sich noch an bisher unerkundeten Orten an einem. Okay, also dann kann ich den noch gar nicht einsammeln, weil er sich an einem Ort findet, wo ich noch gar nicht hinkomme. Okay. Ja gut, zu wissen. Gut zu wissen. Dann gehen wir jetzt schnell die Post holen. Ah, halt, nicht in den Kartenladen will ich gar nicht. Ich wollte ja hier rein. Was macht unser kleiner Todd hier? Er braucht einen Tapetenwechsel. Okay. Na gut, da kann ich dir momentan leider nicht weiterhelfen. So, Toddy. Hallo Mario, du kommst gerade recht. Du hast Post. Von Luigi. Hallo großer Bruder. Ich will es noch einmal. Luigi, du weißt schon. Dasselbe in grün. Hast du schon mal die Beschreibungen auf den Dingskarten durchgelesen? Ich weiß ja, du brauchst das eigentlich nicht, aber vielleicht erfährst du etwas darüber, wo man sie einsetzen kann. Okay. Das war's schon mit unseren neuen Briefen. Aber ich habe ja noch einen Brief bekommen, dass ich noch auf dem Papironi-Pfad vorbeischauen sollte. Um dort dem Todd einen Besuch abzustatten, dem der Kaffeeshop dort gehört. Dann gehen wir mal zu diesem Todd hier hin. Würde mich jetzt gerade brennend interessieren, was der von mir will. Denn Zeit habe ich ja noch ein bisschen. So, jetzt muss ich halt schauen, dass ich in keine Gegner reinrenne. Das wäre nämlich richtig dämlich. Erstmal noch ein paar Karten einsammeln, die wichtig sind. Der war unten, genau. Der gute Kaffee-Todd werde ich ihn nennen. Ich nenne ihn Kaffee-Todd. So, gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Jawohl, da ist er. So, was willst du denn von mir? Ein Gast-Yippie. Ich hatte seit Ewigkeiten keinen Kunden mehr. Oh, du bist es nur, Mario. Das war's doch wohl. Es ist Zeit, meinen Träumen Adieu zu sagen. Na ja, sieht ganz danach aus, als hätten wir deine gesamte Kundschaft plattgemacht. Aber warte mal. Gab es da nicht jemanden, der genauso einen Kaffee gesucht hat? Und nun das Sahnehäubchen auf den Kaffee, denn das Leben braut, begrüßt mit mir den Besitzer des Kaffeehauses Prisma. Dieser Laden ist perfekt, keine Kunden weit und breit, ein richtig schönes Trauerspiel. Hey, wolltest du vielleicht dein Kaffee gegen meinesen Paul Prisma tauschen? Ich wollte schon immer ein unfähiger Kaffeehausbesitzer sein, der gerade so über die Runden kommt. Ähm, wie bitte? Das Kaffeehaus Prisma läuft doch super und hat jede Menge Kunden. Na gut, wenn du unbedingt willst, dann tauschen wir eben. Es ist wunderschön. Wunderschön? Es ist wunderschön. Mario, vielen Dank für das Aufspüren eines derart fragwürdigen Juwels. Hier, diese kleine Maklerprovision sollte dich für deine Mühen mehr als angemessen belohnen. Eine Eisblumenkarte. Ja, danke schön vielmals. Kaffeetastisch, ab heute bin ich deiner neue Inhaber vom Kaffeehaus Prisma. Hut ab. Wiedersehen. Das ruinöse Aussehen wird von dem herunterhängenden Schild noch verstärkt. Perfekt. Okay, wenn du meinst, ich kann die Eisblumenkarte nicht aufheben. Mö, egal. Dann gehen wir wieder raus. Wir haben hier unseren Zoll erfüllt. Und nun, meine Lieben. Würde ich sagen, mache ich einen Cut. Und in unserem neuen Teil dürft ihr euch auf einen Endgegnerkampf freuen, denn da werden wir unseren ersten großen Farbstern sammeln im Karmicin-Turm. Denn ich habe jetzt alle drei Schlüssel-Tots gefunden und die warten jetzt hier im Karmicin-Turm. Und in unserem nächsten Teil werdet ihr Zeugen eines spektakulären Endgegnerkampfes sowie Zeuge eines wunderschönen großen Farbsterns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und sage hiermit, macht es gut, haltet die Ohren steif. Und bis zu unserem nächsten Teil, in dem es heiß hergehen wird, Leute. Ciao, ciao.